31. Januar 2019 16.53 der Paraguayer Miguel Almiron wurde von Newcastle United verpflichtet. Der englische Fußballerstligist Newcastle United hat seinen 14 Jahre alten Transferrekord gebrochen, um den Paraguayer Miguel Almiron vom US-Club Atlanta United zu verpflichten. Wie Newcastle bekannt gab, unterschrieb der 24 Jahre alte Nationalspieler beim Tabellen 14. der Premier League einen Vertrag über fünfeinhalb Jahre bis zum Juni 2024. Almiron war maßgeblich daran beteiligt, dass Atlanta 2018 MLS Champion wurde. Newcastle machte zur Ablösesumme keine Angaben, nach Informationen der britischen Sender BBC und Sky Sports News soll sie rund 20 Millionen Pfund, rund 23 Millionen Euro, betragen. Bisher war Michael Owen Newcastles teuerster Transfer gewesen. 2005 hatten die Mark Beis für den englischen Nationalspieler 16,5 Millionen Pfund bezahlt. Musik